1000 für den Imperator Der YouTube-Kanal In Kooperation mit Games Island Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist wirklich Sonntag und wir kehren nach einer wirklich langen 40k bedingten Pause zu dem zurück, wofür wir hier eigentlich mal angetreten sind nämlich mehr Age of Sigmar auf dem Kanal und dann werfen wir uns heute einfach auch mal direkt da hinein wo wir uns schon richtig lange nicht mehr rein bewegt haben nämlich der großen Frage, was zum Teufel passiert in den Broken Realms aktuell eigentlich und da sind wir jetzt auf das Auftreten eines neueren Darstellers gespannt also ein guter alter Bekannter, der aber den Reichen bis jetzt noch gar nicht so viel Schaden zumindest offiziell zugefügt hat nämlich wir schauen uns, nachdem Teklis sich Nagash entledigt hat mal eine Runde an, wie Bellacor auf die Reiche der Sterblichen einwirkt und was in seinem Band eigentlich so passiert daher auch die kurze Frage aufgrund der langen Pause wo sind wir in der Zeitlinie der Reiche der Sterblichen eigentlich gerade wir haben den Teil hinter uns gelassen in dem Nagashs großer Plan die Reichstore zu verderben und zu kleinen Shai-I-Schnadirs zu machen dank der Mächte der Ordnung und vor allem der Lumineth Realm Lords ganz großartig gescheitert ist und all das ist aber natürlich auch von anderen Spielern im großen Plan beobachtet worden nämlich insbesondere von den Zlan diese haben die Reichstore von Beginn an immer im Blick behalten denn die Reichstore, was nur die Seraphon wissen stehen auf den geomantischen Leylinien der Welt und dürfen nicht korrumpiert werden denn wenn dies passiert, dann könnte das zu einer sämtliche Reiche umfassenden Katastrophe führen die nicht mehr umkehrbar wäre und die derartig furchtbar wäre dass die Reiche der Sterblichen ans Ende ihrer Existenz getrieben werden könnten genauso wie es mit der alten Welt damals passiert ist derartige Visionen hat vor allem einer von ihnen Lord Krog selbst dieser sieht die Städte und die Reiche der Sterblichen sieht wie ein Sturm von verdorbener Magie derartig durch sie peitscht dass es nicht nur die Städte und Reiche vernichtet sondern sogar der Plan der Alten nachdem die Seraphon sich so lange ausgerichtet haben und der sie niemals im Stich gelassen hat nicht mehr aufgehen kann nichts weiter mehr ist als der nutzlose Wunsch von Wesen, die längst nicht mehr existieren und diese Welt, diese Zukunft ist derartig abstoßend und furchterregend für Lord Krog selbst dass er entscheidet, dass dies nicht passieren darf und so setzt er die Seraphon-Heere tatsächlich in Bewegung und sucht sich die Ziele aus die sie als allererstes vernichten müssen um dafür zu sorgen, dass die Welt mehr Zeit hat und weniger Mitspieler sie bedrohen können als größtes Problem macht er hierbei jene Kreaturen auf die wohl kaum jemand zu diesem Zeitpunkt auf dem Schirm hat die großen Magier von Zinch, die Gorn-Summoners sie, die in ihren Verstecken den dreimal verdorbenen Silberzitadellen versuchen die Welt nach dem Willen ihres Herrn zu beeinflussen die den Wandel über alles bringen, was danach bettelt oder einfach nur so schön aussieht dass Zinch der Meinung ist, man müsste es ein klein wenig verändern sie haben diese Silberzitadellen auf eine Art und Weise errichtet dass sie sich in einer magischen Einstimmung mit dem Reichstornetzwerk befinden wodurch eine ständige Beeinflussung sämtlicher Tore möglich wäre und auch möglich ist sie tun dies tatsächlich seit dem Zeitalter des Chaos manchmal mehr, manchmal weniger manchmal so, dass es kaum jemand merkt manchmal so, dass ganze Armeen verloren gehen denn was sie natürlich besonders gerne tun, ist Wandel innerhalb der Reiserouten anstatt von einem Reich ins andere zu kommen anstatt von Gairan nach Akshay reisen zu können kann es sein, dass man ein Tor in Gairan betritt und dann auf einmal in der Zitadelle und den Labyrinthen steht die direkt an diese Zitadellen angeschlossen sind und darin verloren geht weil der Wahnsinn Verstand und Seele einfach auffrisst mit jedem Schritt, den man von nun an tut und genau diese Dinge müssen enden sie müssen damit aufhören die Reichstore und ihre Routen zu beeinflussen und man muss mit jenen beginnen die innerhalb der Gornzomonas diejenigen sind, die am meisten Zerstörung schon über dieses geheiligte Netzwerk gebracht haben und auch hier ist Lord Krog sich sehr, sehr schnell mit sich selbst einig wer derjenige ist, der verschwinden muss der sogenannte Verschlinger der Folianten er hat bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits den größten Schaden innerhalb der Astromatrix angerichtet aber die große Frage ist nicht wo man ihn findet sondern wie man ihn angreifen soll denn die Silberzitadellen sind nicht einfach nur kristalline Bauwerke in denen der Wandel tobt sondern sie sind Festungen die derartig gut verteidigt sind dass ein Plan, der nicht gut durchdacht ist immer zum Scheitern verurteilt sein muss um sie herum befinden sich Dämonen als Verteidiger überall sind mächtige magische Schutzvorrichtungen eingebaut worden denn die Gornzomonas sind Magier die mächtigsten und größten die Zinich jemals in diese Welt beschworen hat und als wäre all das nicht schon schlimm genug haben die Silberzitadellen keine klare Manifestation in der physischen Welt wenn das der jeweilige Gornzomonas nicht möchte sie können ständig zwischen den Reichen springen sind immer mit einer Säule in den Reichen des Chaos und mit der anderen in der wirklichen Welt und es ist nur ein Fingerschnippen notwendig um das zu verhindern also dürfen die Gornzomonas die sie angreifen auch nicht merken dass die Seraphon kommen denn sieht man ein gigantisches Heer von von Sternenlicht durchfluteten Sauriern wird wohl kaum ein Anhänger Zinich sich dazu entscheiden für diese Schlacht zu bleiben also hat man eigentlich nur einen Weg man muss schnell und unbärmherzig sein wie ein bistes Sotek selbst um überhaupt eine Chance zu haben dies sind Erkenntnisse die Lord Kroak für sich selbst hegt und pflegt aber er ist nicht der Einzige der aus den Schatten heraus wobei in Lord Kroaks Fall wohl aus Sternenlicht heraus das beobachtet was sich innerhalb der Reichstorlinien tut da sitzt jemand anderes in seiner Festung aus Schatten und wartet endlich darauf dass er am Zug ist dass er die Reichstore für sich einnehmen kann damit sein Aufstieg endlich wieder möglich ist und damit Belakor selbst nun endlich in der Lage ist alles Schlechte über die Reiche der Sterblichen zu bringen wonach sein dunkles Herz sich sehnt der aktuelle Stand ist also dass die Seraphon beobachten und planen und Belakor beobachtet und plant aber es sind die Saurierkrieger geschaffen von und aus Sternenlicht die den allerersten Zug in diesem neuen großen Spiel tun sie stellen ihre Armee zusammen und machen sich auf dem Weg zur Silberzitadelle auf dorthin wo der Verschlinger der Folianten seinen Hauptsitz hat und von dort aus er droht die Astromatrix immer weiter und weiter zu verderben der Plan ist schnell geschmiedet man weiß dass es eigentlich nur einen einzigen Weg gibt man muss über die Blutwindhügel innerhalb der Achtpunkte selbst eine Einöde die von marodierenden Chaosstämmen besiedelt ist eine feindselige Wildnis in der niemand der nicht vorbereitet ist länger als wenige Augenblicke überleben kann da selbst die Welt selbst sich gegen Eindringlinge wendet und dann sind es natürlich auch noch die Achtpunkte selbst die von Chaosmagie völlig verseuchte verdrehte Welt die für einen Seraphon zwar überlebbar aber kaum ertragbar ist den einzigen Zugang den man findet der sicher und schnell genug betreten werden kann ist dann schließlich in Gairan das Genesis-Tor das Alariel unter Schmerz und dem Einsatz ihrer Armee mit der Hilfe der Stormcast Eternals wieder an sich gerissen und geöffnet hat und von dort aus kann man dann über die Blutwindhügel in das Tal der Schreie wo sich die Silberzitadelle in den östlichen Ausläufern des Schädelspitzengebirges befindet eine der wohl verdorbensten Gegenden die die Achtpunkte überhaupt zu bieten haben und das ist nun schon eine Auszeichnung die derartig negativ ist dass man eher darüber nachdenken kann was an diesem Ort passieren muss dass er derartig hervorsticht man hat weitere Informationen eingesammelt stellt schließlich fest dass tatsächlich Stormcast Eternals dort vor Ort sind die dort allerdings massive Niederlagen ertragen mussten und demnach in dezimierter und vor allem geschwächter Form vorhanden sind in den Plänen der Seraphon sind sie jedoch keine Verbündeten die kräftig genug sein müssen um sich ihnen überhaupt anschließen zu können sie sind nichts weiter als eine absolut gelungene und willkommene Ablenkung für den Verstand des Verschlingers von Folianten denn sie wollen ihren Rückzugskampf als die Ablenkung nutzen die sie brauchen sie wissen dass Morathi sie dort zurückgelassen hat sie die an den Achtpunkten längst ihren eigenen Plan von einem Aufstieg zur Göttlichkeit beendet hat und die Stormcast Eternals genauso einfach nur benutzt hat wie die Seraphon es nun selbst planen zu tun sie wissen dass der Gorn Somonna dort immer noch gegen sie kämpft dass seine Varanit-Schreine dort aufrecht stehen während die Stormcast Eternals versuchen sie zu vernichten da in diesen die Seelen ihrer Kameraden eingefangen sind die eigentlich nach Assyr zurückgerufen hätten werden sollen um dort neu geschmiedet zu werden es ist die verzweifelte Schlacht von Lord Celestant Nihilat der es gerade noch irgendwie geschafft hat eine Nachricht nach Assyr zu schicken über all das was ihm dort nun passiert ist und der nun auf dem Weg zu eben jenem Tor ist das die Seraphon benutzen wollen um an die Achtpunkte zu kommen denn am Genesis-Tor weiß er dass Verstärkung auf ihn wartet auf ihn und seine Truppen die nur noch zu einem Drittel überhaupt am Leben und kampffähig sind und die sehr sehr dringend zu den anderen aufschließen müssen die dort eben warten und es sind Helden die dort warten Veteranen vom Kampf gegen das Chaos der Name in wahrscheinlich jedem Reich der Sterblichen zumindest irgendjemanden bekannt ist Gardes Steel Soul und seine Hallowed Knights warten auf der anderen Seite des Genesis-Tors auf ihre Brüder und Schwestern Sie, die eine perfekte Verkörperung des Glaubens an den Gottkönig selbst sind Sie, die ihr Versprechen gegeben haben dass der Rückzugsort offen gehalten wird oder dass man bei diesem Versuch sterben wird Worte, die jeder Krieger sicherlich schon einmal gedacht und vielleicht auch laut ausgesprochen hat Aber Nihilat weiß eine Sache Gardes Steel Soul gibt keine leichtfertigen Schwüre und wird bereit sein das, was er versprochen hat genau so umzusetzen und hat derartige Versprechen auch bereits umgesetzt an denen so viel andere einfach gescheitert wären Also sind sie nun auf dem Weg Sie, die perfekte Ablenkung für die Seraphon und Gardes Steel Soul als derjenige, der das Tor offen hält das die Saurierkrieger so unbedingt brauchen Nur er sieht sich ebenfalls keiner leichten Aufgabe gegenüber denn der Schwur zu halten oder zu sterben wurde nicht gegeben weil von den Achtpunkten aus etwas in seinen Rücken fallen könnte sondern weil Nörgel immer noch in Gairan tobt und dieser hat die Schande und die Schmach die ihm zugefügt wurde als man ihm das Tor abgenommen hat natürlich nicht vergessen Also ist er gerade dabei genau das zu erobern von dem Väterchen Nörgel glaubt es steht ihm zu Zwei Kammern der Hallowed Knights sind vor Ort um die Verteidigung dort zu organisieren wobei es das Genesis-Tor von seiner Art und Weise her einfach und schwer zugleich macht verteidigt zu werden denn im Gegensatz zu so vielen anderen Reichstoren ist es kein Tor per se es ist nicht aus Stein, Holz oder Metall errichtet es ist ein gigantischer Wasserfall der sich auf einer schwebenden Insel befindet die von anderen schwebenden Inseln umgeben ist die Natur selbst hat dafür gesorgt dass es Schutzwelle aus eisenharten Ranken gibt die man überhaupt erst durchdringen muss und überall dort wo man steht und geht sind giftige Pflanzen die sich an Beinen und Armen hochschlängeln und Dornen die mehr als nur Haut zerreißen können wenn ein Gegner in sie hineinfällt es ist also eine wirklich nicht schlechte Verteidigungsposition aber sie ist so besonders dass man genau darüber nachdenken muss welche Insel man wie bemannt und welche man verlieren kann wenn der Feind nun tatsächlich anrückt und Nörgels Heer hat sie bereits einmal selbst verteidigt hatte dort eine gigantische Festung die dafür gesorgt hat dass sehr sehr viele Versuche einfach zum Scheitern verurteilt waren das Tor zurückzuerobern also wissen seine Generäle wie man es hält kennen die Schwachstellen und rücken nun mit genau diesem Wissen vor es ist ein Surren, das sie ankündigt das Surren von Abermillionen winziger kleiner Flügel von Insekten und dann sind die Hallowed Knights mit einem Mal von Schwärmen aus Fliegen umgeben die überall sind die in ihre Rüstungen kriechen sich auf die Waffen setzen und dann sind ihre Ohren erfüllt von einem unglaublichen anderen Lärm Trompeten, Trommeln und die Dudelsäcke des Gegners geschaffen aus Eingeweiden von gefallenen Gläubigen Nörgels dort wo die Hallowed Knights noch tapfer stehen reagiert aber die Welt um sie herum das Wasser das sich gerade noch kristallklar zu ihren Füßen befunden hat wird auf einmal zu einer zähen grüngelben schleimigen Masse die wie von selbst beginnt die Rüstungen nach oben zu kriechen während die Fliegen sich darauf stürzen als könnten sie sich davon ernähren bereit noch mehr Eier zu legen um einfach jeden Stormcast Eternal in einen gigantischen Hort für Fliegen zu verwandeln aber sie öffnen ihre Münder und die ersten Lieder von Mut, Tapferkeit und Sieg und dem Glauben an Sigma erklingen ihre Seelen strahlen derartig dass die erste Korruption die sie erreicht einfach von ihnen abfällt als hätte sie überhaupt keine Bedeutung und dann halt der Schlachtruf der Hallowed Knights über alles und die Trompeten Nörgels schweigen für einen Moment denn nur die Gläubigen sind hier und nur die Gläubigen werden an diesem Ort siegen aber die Antwort kommt schnell man preist Nörgels Herrlichkeit und dann sind da einfach nur Truppen um Truppen um Truppen denn wie immer hat das Chaos natürlich mit einer Sache kein Problem Nachschub der endlos sich über alle Weiten ergießt und jedes Mal wenn ein Plaguebearer fällt sind einfach 15 neue da die seinen Platz einnehmen können es ist in Gairan besonders einfach für Nörgels diese Dinge zu tun denn natürlich haben Alariel die Sylvaneth und die Stormcast Eternals es geschafft Gairan zu säubern es ist bei Weitem nicht mehr derartig verdorben wie es zum Zeitalter des Chaos war aber überall haftet der Makel von Nörgels immer noch und kann jederzeit wieder erweckt werden werden jederzeit neue Truppen dort beschworen und so sieht Gairus mit wachsender Sorge wie solchen Schiffe von Ertrunkenen sich ihnen nähern Truppenweise Plaguebearers aus den Nebeln erscheinen die segensreichen Söhne mit ihren besonderen Gaben von Nörgels sich anschließen und selbst vermoderte Tiermenschen aus den Dschungeln hervorbrechen um sich diesem Angriff anzuschließen es erfolgt ein heftiger Beschuss durch die Verteidiger der tatsächlich die erste Welle zurückwirft aber nichtsdestotrotz wagen die Truppen Nörgels den Aufstieg und schneller als es ihnen lieb ist befinden sich die Hallowed Knights im direkten Nahkampf und man muss einsehen dass man mindestens 2 zu 1 unterlegen ist Gairus blickt verzweifelt in die Richtungen aus denen die Silverneth-Verbündeten kommen könnten, kommen sollten und muss aber sehr schnell einsehen dass die Wälder leer bleiben sind sie vermutlich doch in eigene Kämpfe verwickelt denn Nörgel wird sicherlich auch an anderen Orten versuchen zurückzuerobern, was er für sich selbst unbedingt haben möchte es ist nichts, was seine Seele tatsächlich erschüttern könnte denn Gairus kämpft zusammen mit dem Lord Kasteland Loris Grimm unerbittlich der stets an seiner Seite streitet und der seine Seele aufrecht hält und während sie streitend kämpfen jetzt schon bereit sind zu fallen bricht doch tatsächlich etwas aus dem Dschungel aber nicht das, womit Gairus gerechnet hätte es sind die Krieger der Seraphon geschuppte, glänzende Körper mit Speeren aus Steinspitzen die sich in die überraschten Anhänger und Kämpfer Nörgels bohren und die Anhänger des Chaos erschlagen wo sie auf sie treffen direkt am Fuß des Genesis-Tors offenbart sich auf einmal Sternenlicht das einen Trupp von Seraphon-Krieger nach dem anderen ausspuckt und Gardes spürt wie so etwas wie neue Hoffnung in seinem Herzen aufkeimt er weiß, dass sie die Erzfeinde des Chaos sind geschaffen selbst um dem Chaos entgegenzutreten und auf einmal ist das hier vielleicht nicht mehr nur ein Verteidigungskampf bis Nihilat ihn endlich erreicht und dann werden sie erschlagen und zurück nach Asyl gerufen sondern vielleicht kann hier tatsächlich ein Sieg erfolgen und dann muss er dabei zusehen wie sie an den Hallowed Knights vorbeistürmen und einer nach dem anderen direkt durch das Tor geht und sie wieder alleine sind natürlich haben sie Teile von Nörgels Armee ausgelöscht aber nur so viel dass sie selbst hindurchrücken konnten und die Lücken werden nun schon wieder vom Chaos geschlossen Gardes ist fassungslos verwirrt, irritiert ob dem, was er gesehen hat und umarmt aber nun schon wieder die Bereitschaft an diesem Ort zu sterben während andere seiner Krieger wütend in die Richtung des Tors dort, wo sie schon niemand mehr hören kann den Vorwurf von Feigheit rufen Loris ist es der seine Stimme erhebt der sie dazu zwingt Haltung zu bewahren niemand von ihnen weiß was in den Köpfen dieser Echsen vorgeht also ist es vielleicht etwas das sie nicht verstehen können vor allem aber darf es ihre eigene Hingabe ihren eigenen Glauben nicht beeinflussen und so muss auch Gardes schweigen der zwar immer noch von dem Gedanken getrieben wird warum man Verbündete dem sicheren Tod überlassen kann der aber versteht das Grübeln ihn hier nicht weiterbringt denn seine Aufgabe sein Schwur bleibt bestehen das Tor muss offen bleiben unkorrumpiert er muss warten bis Nihilats Stimme ertönt bis er das Gesicht des Bruders sehen kann denn ein Schwur ist ein Schwur und er kann und darf ihn nicht brechen und so wird der Tag zu Nacht und die Nacht wird zu Tag und die Stormcast Eternals werden immer weniger ein Blitz nach dem anderen rast zurück nach Asyr dort wo er neu geschmiedet wird und jeder Einzelne hofft dass die Gefallenen auch zurückkommen und nicht auf dem Amboss der Apotheose ausbrennen weil sie das Neue nicht mehr ertragen können aber die Gegner sie sind zu viele und am Morgen des dritten Tages hört Gardes ein Geräusch das selbst ihm das Blut in den Adern erstarren lässt das tiefe Gelächter eines großen Dämon des Nörgel er nimmt sein Schwert nimmt den Hammer weiß dass er hier vielleicht nun wirklich diesen Körper verlieren wird und dringt nach vorne vor peitscht sich durch die Reihen von Plaguebearers und treibt sein Schwert in die Eingeweide des Great Unclean One in der Hoffnung zumindest einen von ihnen zum Fall bringen zu können aber dann hört er wie das Lachen einfach nur lauter wird und er wird hochgehoben während die Eingeweide aus dem aufgedunsenen Leib des großen Dämon quellen und er spürt wie sein Leib wie eine kleine Puppe zerquetscht wird er wirft einen Blick nach hinten wo sein Blick schon beginnt zu brechen wo sich blutrote Fäden tanzend vor seine Augen schieben und dann sieht er das worauf er gewartet hat die Nebel des Genesis Tors teilen sich der Lord Celestan Nihilat tritt mit den Resten von seinen Brüdern und Schwestern hindurch sie sehen mitgenommen aus ob dem was sie an den Achtpunkten ertragen mussten aber sie sind kampfbereit nehmen die Waffen hoch und Gades der nun endgültig zerquetscht wird geht mit einem Gefühl von Erleichterung als Blitz nach Asyr ein er hat sein Versprechen gehalten Sigmar selbst wird nicht enttäuscht sein und er wird neu geschmiedet werden und dann den Kampf an einem anderen Ort aufnehmen die Seraphon auf der anderen Seite glücklich darüber dass der erste Teil ihres Planes tatsächlich funktioniert hat peitschen sich weiter nach vorne es darf keine Pause geben kein Anhalten und ihre Slan Star Master bringen diese Nachricht auch immer wieder an ihre Ohren wenn nun doch einer straucheln sollte denn schließlich wurde nicht einfach nur irgendjemand entsendet es sind jene Seraphonen deren Leiber mit den Zeichen von Dracothions Schwanz bemalt worden sind sie selbst sind vom Lichter Asyrs derartig erfüllt dass sie diesen Ort tatsächlich so weit überstehen könnten dass sie ihre Aufgabe erfüllen können sie werden von einer übermenschlichen Ausdauer getragen sind erfüllt von Magie die es ihnen ermöglicht weiter zu gehen weiter immer immer weiter dorthin wo der Slan Kuotek ihr eigentlicher Anführer sie nun bringen muss er der sich mit einem ganz besonderen Unbehagen trägt weil er sehen muss dass ihre Art zu handeln an diesem Ort auf so viele Arten und Weisen nicht funktionieren kann denn eigentlich hatte er vorgeschlagen dass man die Krieger aus den Tempelschiffen direkt an den Ort der Silberzitadelle rufen könnte damit sie ihre eigentlichen Angriffsstrategien nutzen dürften aber ihm war sehr sehr schnell bewusst dass die acht Punkte mit ihrer verdrehten Chaosmagie eine solche Präzision vollständig verhindern würden und niemand genau sagen könnte egal wie lange man in die Sterne blickte wo die Armeen tatsächlich aufschlagen würden also hörte er auf den Befehl von Lord Kroak selbst der ihm befahl eben durch dieses Tor zu gehen wenn die Sterne richtig stehen und die Konstellationen einen Sieg ermöglichten und zumindest ist er nun gerade beruhigt denn die Ablenkung durch die Stormcast Eternals hat genauso funktioniert wie er es sich gewünscht hat und er muss sich nun nur noch damit herumschlagen diesen Ort selbst zu überstehen so wie seine Krieger nämlich davon beeinflusst werden wird auch er davon beeinflusst ihr Wesen alles was sie ausmacht ist auf die natürliche Ordnung der Welt ausgelegt sie ziehen ihre Macht und Kraft daraus richten ihren Glauben und ihre Rituale danach aus und an einem Ort wie den Achtpunkten wird genau dieser Glauben und ihre eigene Einordnung in die Welt auf besonders qualvolle Art und Weise auf die Probe gestellt denn nichts ist hier wie es sein soll alles ist verdreht und selbst das was noch nicht verdreht ist wird unweigerlich an diesem Ort korrumpiert aber ihre Disziplin ist es die sie weiterträgt sie sind auf einem guten Weg auf dem richtigen Weg und natürlich wissen sie auch worum es hier geht es ist das Weltgefüge selbst das sie retten müssen was ist da also schon die eigene Qual gegen das Schicksal der Welt gegen das Schicksal des großen Plans der Alten mit ihrem Ekel und Abscheu gegenüber diesem Land sind sie allerdings nicht alleine denn die Achtpunkte selbst finden das was sich gerade auf ihnen bewegt ebenfalls furchtbar abstoßend es sind kleine Punkte brennenden Sternenlichts das die Erde dort versenkt wo sie ihre Füße aufsetzen wo die kleinen Krallen sich in den Dreck bohren und so sind es die Achtpunkte die versuchen sie aufzuhalten Monster brechen aus Höhlen heraus die eigentlich unbewohnt wirkten die Erde selbst tut sich auf bildet Zähne aus die einen Saurus-Krieger nach dem anderen fressen und Giftnebel legt sich auf die Nüstern und geht in die Lungen der kleinen Echsen ein um sie dort zu töten wo sie sind natürlich können sie sich dagegen wehren können weiter vorrücken aber der Star Master ist beunruhigt denn jeder tote Seraphon ist einer den er nicht mehr ersetzen kann er kann hier niemanden nachrufen und so wird seine Herrscher dezimiert bevor er überhaupt auf den Feind getroffen ist und da ist er natürlich auch noch selbst er in dem das Sternenlicht Asyrs derartig hell scheint und brennt dass das Land ihn natürlich noch mehr hasst als jeden anderen Seraphon an diesem Ort selbst er spürt wie seine Haut verdorrt wie sich Blasen darauf bilden spürt den Schmerz wenn er seine Finger und Klauen versucht zu bewegen und alles alles anstrengend ist also peitscht er sie weiter voran weil auch er ans Ziel kommen muss bevor das Land ihn vollständig verschlingt was ihn jedoch glücklich macht ist die Erkenntnis dass der Verschlinger der Folianten ihn ganz offenbar noch nicht entdeckt hat dass er immer noch damit beschäftigt ist die Stormcast Eternals die auf dem Weg zum Genesis Tor sind zu erreichen um sie dort zu zerschmettern und genau das ist es auch was passiert ist er hat sich derartig auf den Lord Sallestand eingeschworen dass er alles andere an Bedrohung tatsächlich ignoriert er ignoriert auch dass Sternenmagie auf seine Silberzitadelle und die magischen Netzwerke die er um sie geschwungen hat einwirkt er wird erst durch einen aufgeregten kleinen vogelartigen Botendämon schließlich auf das aufmerksam gemacht was schon direkt vor seiner Haustür steht diese bemerken die Seraphon als sie sich kurz vor einem Wald befinden der aus versilberten gepfälten Leichen besteht kurz vorm Zugang zum Tal der Schreie und dann blickt der Gornsemoner durch die vielen Möglichkeiten die er hat um die Welt um sich herum zu betrachten und spürt zunächst wie Wut in ihm aufsteigt ob der Dreistigkeit seiner Gegner und dann kommt das Selbstmitleid denn er hat doch eigentlich erst gesiegt warum muss er sich nun schon wieder in einen Kampf werfen ist vielleicht der Gott des Wandels selbst aus Gründen die er natürlich nicht versteht wütend auf ihn und schickt ihm diese neue Prüfung viel Zeit bleiben ihm nur für diese Gedanken voller Selbstmitleid nicht denn natürlich muss er nun planen wie er in der Lage sein wird zum einen seinen Wunsch die Stormcast Eternis zu vernichten gerecht zu werden aber auch seine Silberzitadelle vor Eindringlingen zu verteidigen auch wenn er nicht wirklich glaubt dass sie in der Lage sein könnten seiner Heimstatt irgendetwas anzutun und so ergibt er sich sehr sehr schnell wieder die dumm und dreist genug sind einnehmen zu wollen was ihm gehört er schickt seine sterblichen Diener aus die die Stormcast Eternals töten sollen und beschwört für sich selbst einen Schwarm aus Screamers um unter deren Einfluss darüber nachzudenken wie er nun agieren möchte er befiehlt die Zangor Scharen die noch direkt vor Ort sind in den Kampf damit sie die Seraphon noch eine kleine Weile ablenken und blickt dann auf das was ihm sonst noch zur Verfügung steht natürlich kann er Dämonen an diesen Ort beschwören zahllose von ihnen denn die Silberzitadelle besitzt natürlich auch eine Verbindung direkt zum Wahnsinn des Reichs des Chaos aus dem er nahezu endlos schöpfen kann und dann ist da natürlich noch die wunderbare Möglichkeit nun endlich seine Schutzzauber und magischen Fallen an einem Gegner auszuprobieren der ein wenig mehr aushält als der durchschnittliche Sterbliche denn was er dort innerhalb der Zitadelle eingebaut hat sind Fallen die dazu in der Lage sind eine Seele auf der Stelle zu vernichten Fleisch von den Knochen zu brennen und Rüstungen zu Staub zerfallen zu lassen und da ist nun vielleicht doch so ein Funken wie Begeisterung für die Herausforderung die auf ihn wartet die Sicherheit es gut überstehen zu können also sollen sie ruhig kommen er hat es schließlich schon geschafft die Stormcast Eternals nahezu auszulöschen warum nicht also noch eine zweite Runde mit anderen Sternenkindern die Seraphon sind mittlerweile in die glasartigen Tieflanden des Tales eingedrungen dort wo der Feind sie nun tatsächlich zu erwarten beginnt und dort wo man nun sehr sehr genau spürt dass die Magie des Wandels auf diesem Ort liegt sie durchqueren Sümpfe die aus blubbernden Quecksilber bestehen ziehen an Bäumen vorbei die wirken wie verdrehte Körper deren letzter qualvoller Moment in eine Silberstatuette gebannt worden ist und der Star Master ist sich nicht so sicher ob dies vielleicht nicht einst lebende Wesen waren die hier nun auf ewig in ihrem letzten schlimmsten Moment eingefroren wurden der Geruch von Wandel liegt überall in der Luft und insbesondere der Scar Veteran Quartok der Befehlshaber über die Sauruskrieger die den Star Master begleiten findet dies besonders abscheulich es stinkt es brennt und juckt in seiner Nase und dann ist da noch die Kriegsführung des Feindes die nun schon beginnt seine Nerven deutlich mehr auf die Probe zu stellen als ihm dies lieb wäre sie treffen auf die ersten Zangors die man zwar bis jetzt immer wieder erfolgreich in den Wald zurückgetrieben hat aber da ist keine Begeisterung oder kein beruhigendes Gefühl darüber dass man militärisch so stark ist sondern das ungute nagende Gefühl dass der Feind etwas plant denn er ist nah er hat sie eindeutig gesehen die Silberzitadelle weiß dass sie kommen aber es passiert nichts nur diese vorgetäuschten kleinen Angriffe in denen sie kaum Verluste erleiden und Quartok ist wütend denn er lebt um zu töten er lebt um zu jagen das ist es wofür man ihn geschaffen hat das ist sein Platz im großen Plan und dieses sinnlose hin und her das warten und taktieren das ist nichts was ihm liegt und so blickt er zu dem ihn begleitenden anführenden Star Master und sieht wie dieser entspannt seinen Weg fortsetzt und schluckt die Wut schnaubend nach unten denn wenn sein Herr das alles so entspannt sehen kann dann er natürlich auch sie haben beide Abertausende von Schlachten geteilt er weiß das Kuotek weiß was er tut also übt er sich in Geduld etwas das wohl schwieriger ist als das Erschlagen vom Dämonen selbst und genauso durchwandern sie nun die Tieflande bis sie schließlich in das Tal kommen in dem die Silberzitadelle auf einem Berg gegenüber errichtet worden ist sie spüren wie die Luft die sie umgibt vor Magie knistert sehen Geziere aus flüssigem Metall und silberner und goldener Staub liegt in der Luft und legt sich auf die Waffen und Körper der Seraphon sie wissen dass sie beobachtet werden vom Feind wissen dass er jetzt schon zu taktieren beginnt übersehen dabei aber jemanden der sie beobachtet mit dem wohl auch der Gegner nicht rechnet auf der anderen Seite ist der Fateskimmer Atrazan der den klangvollen Beinamen der Einäscherer trägt und der die Armee die nun kommt tatsächlich sehr begeistert betrachtet denn auch für ihn erfüllt sich hier eine Prophezeiung die er von seinem Herrn bekommen hat nicht dem Verschlinger der Folianten nein von jemand anderem der aus den Schatten heraus genauso beobachtet wie das der Fateskimmer nun für ihn tut und während er sieht was in dem Tal passiert spürt er wie die Fäden des Schicksals sich neu spinnen wie er sie fast berühren kann als sie um ihn herum entstehen und er weiß dass an diesem Ort etwas Großes passieren wird das seinen Herrn erfreuen wird und gleichzeitig befiehlt er seinen Truppen den Abmarsch um zumindest jetzt noch nicht dazwischen gefangen zu sein denn jetzt kommt der Moment an dem der Verschlinger der Folianten tatsächlich eingreift die kristallinen Tore der Silberzitadelle öffnen sich und plappernde Dämonenmassen zahllose von ihnen ergießen sich über die Seraphon und gleichzeitig bricht der Himmel auf und geflügelte Dämonen beginnen den Kampf nun auch über dem eigentlichen Schlachtfeld die Skinkreiter werden sehr sehr schnell von den widernatürlichen Flammen der Dämonen von ihren Reittieren gerissen und mit einem Mal ist der ganze Himmel derartig voll mit Gegnern dass die Seraphon drohen diesen Vorteil den sie zunächst hatten zu verlieren aber es ist der Starmaster Kotec der alles nach seinem Willen und dem großen Plan ändert er wendet seinen Blick und den Willen in den Himmel und in diesem Moment werden Quartok und seine Saurus-Krieger von silberner Sternenmagie umhüllt die dafür sorgt dass die Schwerkraft keine Rolle mehr für sie spielt und sie sich in den Himmeln frei bewegen können es ist nicht nur die Begeisterung darüber auf einem völlig neuen Schlachtfeld kämpfen zu können sondern was Quartok und die Seine nun natürlich doppelt antreibt ist die Begeisterung endlich in eine richtige Schlacht eintreten zu können in der der Feind sich nicht auf der Stelle wieder zurückzieht und so sind ihre Waffen sehr schnell in den Leibern der Gegner und die Vorherrschaft im Himmel ist binnen weniger Kampfschritte dann auf einmal in den Klauen der Seraphon die alles vernichten was noch versucht Widerstand zu leisten die Bodentruppen sehen dies und wissen dass sie sich nun auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können weiter vorrücken hin zur Silberzitadelle kommen und dabei alles auslöschen was sich zwischen ihnen und ihrem Ziel befindet erste Meteorgeschosse prallen auf dem Boden und den sich dort darauf befindenden feindlichen Truppen auf und der Star Master hebt die Krallen in den Himmel und beschwört die große Magie der Sterne Kometen die auf den Boden fallen und den Feind vernichten bevor er versteht was mit ihm passiert zwar kommen ständige Dämonen aus den Toren der Silberzitadelle nach aber der Ansturm der Seraphon ist tatsächlich derartig unvermindert schnell dass sie so nah an die Zitadelle kommen dass der nächste Schritt ausgeführt werden kann die Bastiladons werden nach vorne gerufen die Sonnenmaschinen die sie auf ihren Rücken tragen werden auf die Zitadelle ausgerichtet und dann schlägt die Magie und Technik eines uralten Volkes auf die verdrehte Schaffenskraft des Chaos ein ein Kreischen schrill und unnatürlich geboren aus dem Kristall der nun zu springen beginnt halt über das Schlachtfeld die ersten Türme beginnen tatsächlich zu schmelzen und dann sind die Kroxigors mit einem Mal an den Ausläufern und ihre gewaltigen Hämmer richten sich gegen das Bauwerk die Risse werden größer und dann ist das Kreischen mit einem Mal von einem ganz anderen Laut übertönt nämlich einem puren Schrei von Entrüstung der die Luft zerschneidet der Verschlinger der Folianten betrachtet was mit seiner Zitadelle passiert und greift nun persönlich in die Schlacht ein ihn begleiten Sangor Champions auf ihren fliegenden Disks und Wellen von Screamern mit denen sie sich allesamt umgeben und genau damit bricht er in die Flanke der Seraphon Armee ein er selbst vorneweg bereit all jenen Schaden zuzufügen die es gewagt haben seine Zitadelle tatsächlich derartig zu beschädigen seine Magie ist etwas was die Seraphon nur schwer von sich abschütteln können und nicht nur ein Saurier ist auf einmal nur noch eine Obsidian Statue die nun dort steht und von seiner Macht kündigt andere werden von kochendem Metall übergossen Silber ist unter ihren Füßen schlingt sich nach oben zerfetzt ihre Knochen und man möchte meinen dass ihn dies eigentlich schon so weit zufrieden stellen sollte dass er sich gegen den wenden würde der das das eigentliche Problem ist nämlich Kuotek selbst aber der Verschlinger der Folianten betrachtet den Starmaster mit absolutem Unbehagen er spürt die Ausläufer seiner Macht die immer noch überall in der Luft liegen hat gesehen wozu er in der Lage ist und weiß dass eine direkte Konfrontation bedeuten könnte das eigene Leben auf eine Art und Weise zu riskieren die er dann doch nicht eingehen möchte denn natürlich können sie seine Zitadelle eigentlich nicht ernsthaft beschädigen also warum das Wagnis eingehen wäre da nicht der Gedanken an den Schatz den er in seinen Gemächern hat denn sie sind an seiner Tür könnten die Tore restlos einreißen könnten in die Zitadelle selbst eindringen und dann natürlich seine persönlichen Gemächer finden und dort das raffinierte Varanit das letzte was er im Moment noch zur Verfügung hat finden und entweder vernichten oder gar für sich selbst nutzen und das kann er nicht zulassen also ist ein Rückzug wohl doch nun die klügste Idee die er haben könnte er wirft einen letzten Fluch eine letzte Hexerei auf einen der saurier Krieger die direkt vor ihm stehen dann gibt er den Befehl dass man alle vernichten soll die vor seiner Festung stehen und dann tritt er mit einem schnellen Teleportationsspruch den Rückzug aus der Schlacht an er erscheint in seinen Gemächern rezitiert Beschwörungsformeln die Zinc selbst ihm beigebracht hat und als er sie beendet hat spürt Kotek dass sich etwas in der Welt verändert er spürt die Hexerei die mit einem Mal mächtig in der Luft liegt so furchtbar wie es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall war und dann geht ein donnerndes Beben über die Schlachtfelder die Erde selbst reißt auf an aber Dutzenden von Stellen hunderte von Seraphon Kriegern verschwinden einfach ihr Fleisch löst sich entweder in dem Magma auf das sich mit einem Mal aus dem Erdkern heraus ergießt oder Spalten die ewiglich nach unten gehen öffnen sich unter ihren Füßen und verschlingen sie ehe sie auch nur einen Laut von sich geben können er spürt die Hexerei in der Luft er spürt das Brennen auf seiner Haut windet sich weil er für einen Moment das was mit dieser Welt passiert und mit ihm selbst kaum noch ertragen kann und dann bricht die Zitadelle aus der Erde die sie gerade eben noch gehalten hat heraus ein tödlicher Splitterhagel rast durch die Luft in die Luft zu reißen und dann malt Quotex Schutz Glüphen für die seinen hastig fast schon ja nachlässig schlecht in einer unglaublichen Anstrengung um zu retten wen er retten kann und dann macht er den Fehler nach oben zu blicken dort wo die Zitadelle schwebt so hell leuchtend dass es in seinen Augen derartig brennt dass er den Blick abwenden muss und vielleicht war das klug denn nun kommt eine letzte Explosion von Hexerei und sie rast in Richtung des Himmels Kuotex blinzelt öffnet die Augen und sieht dass nur noch wenige hunderte seiner Armee tatsächlich am Leben sind der letzte Rest fast schon ausgelöscht von diesem Ausbruch der Zitadelle und sie alle stehen auf einem Plateau aus geschmolzenem Stein allem was vom Tal der letzten Schreie noch übrig ist denn das Land herum wurde vollständig weggebrannt von jenem Ausbruch von Hexerei und der Zitadelle selbst das erste was er dann wieder hört ist das wütende enttäuschte brüllen von Quartok der betrogen wurde um seine Beute betrogen um den eigentlichen großen Kampf aber Kuotek selbst ist ruhig denn alles verläuft nach Plan genau diesen Zug hatte Lord Croag vorausgesagt hatte ihm beigebracht sich darauf vorzubereiten der große Plan läuft exakt wie er soll und der Verschlinger der Folianten spielt ihn ob er will oder nicht ob er es weiß oder nicht und an der Stelle hören wir für heute auf mit nur einem kleinen Cliffhanger und mir bleibt nichts weiter übrig wie immer als euch einen fabelhaften Tag zu wünschen wann auch immer ihr das hört und vielen Dank fürs Zuhören bis nächste Woche und bis dann